Ein Marketing wird ein Riesenparagode, wenn ein Schrift stattfindet. Die Wahrheit ist nicht an meinem Schreibtisch, hinter meinem Bildschirm. Die Wahrheit ist nur, wenn ich da rausgehe. Sehr wahrer Satz. Wenn du nicht versuchst, der Erste zu sein, wirst du nicht der Zweite sein. Ich will in einer Firma arbeiten, bei dem das Produkt sexy ist. Punkt. Das ist der Start-up-Slau-Podcast London. So, liebe Leute, ich bin heute im wunderschönen Kaiserslautern. Ich bin tatsächlich zum ersten Mal hier und habe neben mir einen erfolgreichen Telco-Unternehmer sitzen. Der managt nämlich mehrere Millionen Telefonnummern und unter anderem hilft er damit, zum Beispiel Autohändlern, die damit Kampagnen auf mobile.de oder Autoscout besser managen und tracken können. Wie er dazu kam, wie erfolgreich das Ganze ist und was zukünftig noch kommen soll, das erfahren wir heute vom lieben Frank Froh. Ganz herzlich willkommen, dass du dir die Zeit nimmst. Sehr gerne doch, Marc. Hallo, grüße dich. Freue mich sehr. Frank, wir kennen uns ein bisschen über EO, die Entrepreneurs' Organization. Aber erzähl doch mal für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du? Wer ich bin? Wie viel Zeit gibst du mir? Ich versuche mal die Frage in 30 Sekunden zu beantworten. Wer bin ich? Ja, Frank ist mein Name. Meines Wissens nach 51 Jahre alt, die 50 Jahre erreicht. Komm aus Kaiserslautern ursprünglich, fühle mich am Ende des Tages als Europäer. Zwei Pässe, Vater ist Franzose, Mutter ist Deutsche. Bin groß geworden in einer Zeit, in der die Grenzbäume abgebaut worden sind, in der EQ eingeführt worden ist. Habe auch die Chance gehabt, im Rahmen meiner akademischen Ausbildung im Ausland den einen oder anderen Aufenthalt zu machen, auch MBA-Programme zu besuchen. Und nachdem ich Berufserfahrungen gesammelt hatte in verschiedenen Branchen, unter anderem auch in der Telekommunikationsbranche, habe ich dann 2006 gesagt, ich gründe mein eigenes Unternehmen. Und ja, jetzt sitzen wir heute hier in Kaiserslautern und freue mich, dass du da bist. Mega. Gibt es etwas zum Start, was man sonst noch unbedingt über dich wissen muss? Was ich gerne teile an der Stelle, ist eine Grundkonstruktion in meiner DNA, die sich gerne damit beschäftigt, den Ist-Zustand zu verstehen und Soll-Zustand zu erarbeiten und sich dann damit zu beschäftigen, wie komme ich vom Ist zum Soll. Und dieses völlig banale, simple Modell, das kann man auf viele Sachen anwenden, insbesondere natürlich auch auf ein Unternehmen. Wo befindet sich ein Unternehmen heute, wo kann es in zwei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren sein? Und dann eben eine Reise anzutreten, um vom Ist zum Soll zu kommen. Man kann es aber auch ganz banal übertragen auf, ich steige auf eine Waage, analysiere mein Ist-Gewicht. Definiere das Soll-Gewicht. Definiere das Soll-Gewicht und mache mir Gedanken darüber, wie komme ich vom Ist zum Soll. Und das ist so eine Attitude, ein Mantra. Mantra ist ein ganz guter Begriff, die mir fast täglich über meinen, nicht über Lippen gleitet, sondern durch meinen Kopf rauscht. Und worauf ich das da anwende, ist situativ abhängig. Ja, finde ich spannend, dass du es sagst. Beim dir zuhören kommt mir gerade der Gedanke, ist das immer ein Mangelfokus? Also ist das Soll immer nie da, wo es, oder ist das Ist immer eigentlich nie da, wo es eigentlich soll? Letztendlich ist es abzuleiten aus etwas, was in mir schwingt, glaube ich, was über meine Eltern kam. Meine Eltern haben sich ein Leben aufgebaut, gemeinsam. Und ich entsinne mich dunkel immer an eine Frage von meinem Vater, wie können wir besser leben? Was auch immer besser ist. Das ist nicht darunter deklariert, dass der Ist-Zustand per se negativ ist. Wir haben immer das Glück, gesund zu sein, Frieden zu haben, zu essen zu haben, Arbeit zu haben. Aber nichtsdestotrotz, der Spirit in der Familie bei uns war immer, wie können wir aus unserem Leben etwas rausholen, hört sich ein bisschen zu aggressiv an, aus unserem Leben was machen. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr, genau. Und das soll nicht nur jetzt bitte auf wirtschaftliche Dinge reduziert werden, sondern was die Definition dessen ist, was geht noch mehr. Das, glaube ich, sollte in der Tat jeder selber für sich entscheiden. Und zurück zu der Frage, die du gerade gestellt hast, das ist das Fundament, auf der dieses Mantra, worauf dieses Mantra zurückzuführen ist. Zu sich zu fragen, ich habe das Glück, in einem freien Land, in einer freien EU zu leben. Was kann ich mit meinem Leben machen? Andere Floskel, die ich immer gerne bringe oder Beschreibung ist, ich möchte kein Opfer sein, sondern eher ein Täter. Man wird auch das nicht in eine falsche Kategorie schieben, sondern bin ich ein Teilnehmer in einem Leben, wie so ein Ball in einem Flipper, der rumgespielt wird. Oder bin ich jemand, der am Flipper dran steht und den Ball reinspielt und versucht, wie kann ich möglichst viele Punkte zu erreichen. Ich sehe schon, dass das nachher in eine ganz schöne und tiefe Richtung geht, das freut mich jetzt schon. Aber vielleicht zum Start, ich möchte gerne eine Runde Entweder-Oder mit dir spielen. Das sind zehn schnelle Fragen, die du ganz intuitiv mit Entweder-Oder beantwortest. Beginnend mit Metallica-Konzert oder Oper Carmen? Als erstes Metallica und danach Oper. Im Hier und Jetzt oder in der Zukunft? Das macht mir das wahrscheinlich zu leicht, wenn ich immer sage, jetzt erst mal hier im Jetzt und dann in der Zukunft. Aber im Zweifel, wenn du mich jetzt zwingst, mal klar Bestellungen zu beziehen, dann in der Zukunft. Stadtbummel oder Waldbarten? Stadtbummel. Bösewicht oder Superheld? Superheld. Nur E-Mail-Signatur oder beste Grüße, dein Frank? Beste Grüße, dein Frank. Gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen? Gas geben. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Verletzlich zeigen. Unbedingt recht haben wollen oder fünf gerade sein lassen? Fünf gerade sein lassen. Chat-Schreibfehler korrigieren oder einfach abschicken? Abschicken. Dann erlaube ich mir kurz nachzuschieben den Disclaimer, den ich dann immer auf der Tonspur bringe. Ich beherrsche die deutsche Rechtschreibung, aber an der kurzen Zeit, die ich habe, erlaube ich mir da in einem typischen Typo drin zu lassen. Und zähle auf KI, die das automatisch alles fixt. Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Verhandeln auf jeden Fall, nicht unbedingt um den letzten Cent. Morgens nach dem Wecker sofort aufstehen oder dreimal snoozen? Bitte dreimal snoozen. Selbst Härte oder Selbstfürsorge? Da erlaube ich mir nochmal einen Schritt zurück zu tun. Ich möchte die Fragen nicht binär beantworten, sondern zitiere da gerne meine Mutter von allem ein bisschen. Mal so, mal so. Gut, dann lass doch mal in deine Geschichte einsteigen, um ein bisschen besser zu verstehen, wie du heute bist oder was du heute machst. Wir hatten es vorhin ganz kurz. Ich bin der Überzeugung, dass viel von was wir heute tun, eine Prägung aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit erfahren hat. Was hat dich in deiner Erziehung oder deiner Kindheit am meisten geprägt? Ich leite meine Ausführungen mal ab aus der Tatsache, dass wir heute ja zusammen sind, dass ich die Freude und das Glück habe, ein Unternehmen zu führen, einen beruflichen Zusammenhang herzustellen. Wir werden das vorhin im Rahmen oder am letzten Tag im Rahmen unseres Kennenlernens ja auch mal schon mal rausgearbeitet. Und diese Möglichkeit, Kind zu sein, zu spielen in dieser gefühlten Unendlichkeit an Zeit, Unendlichkeit der Möglichkeiten, unendlichen Möglichkeiten, Dinge zu entdecken, das ist das, was es gerade so ultraspannend macht. Aber hilf mir nochmal, um roten Faden nicht zu verlieren? Wenn ich das auf meine eigene Geschichte versuche, zurückzuführen, dann komme ich aus einem sehr guten Schweizer Mittelklassehaushalt mit einem Mantra, ich nenne es mal Liebe für Leistung. Also was gute Noten gebracht hat, was irgendwie mit Performance zu tun hatte, das wurde honoriert. Mir hat das viel nicht mitgegeben, aber natürlich auch enorm viel mitgegeben insofern, als dass ich im heutigen kapitalistischen System sehr gut funktioniert habe, weil mir dieses Liebe für Leistung einfach viel gebracht hat oder ich da keine Mühe hatte, die Extrameile zu gehen. Gibt es bei dir Mantras oder Dinge, die du aus dem Elternhaus mitgenommen hast, die da so prägend waren? Genau, in der Tat dieses Gefühl, diese Unendlichkeit als Kind spielen zu können, ewig viel Zeit für etwas zu haben, ob es jetzt Lego war, elektrische Eisenbahn oder irgendwann mal Fernseher auseinanderbauen, Videorecorder reparieren, Walkmans reparieren, irgendwann mal Internet etc. Gehen wir mal noch in eine andere Kategorie, weil du gerade vom Elternhaus sprichst und ich habe es auch schon zweimal zitiert. Mein Vater hat immer eine relativ einfache Bemerkung gemacht, wenn ich Schulnoten nach Hause gebracht habe. Er war durchaus interessiert, wie die Schulnote war, aber nicht unbedingt der absolute Scoring, sondern er hat immer gerne gesagt, wenn du nicht versuchst, der Erste zu sein, wirst du nicht der Zweite sein. Wenn du nicht versuchst, der Erste zu sein? Dann wirst du sicherlich nicht der Zweite sein. Und ja, das ist glaube ich auch noch ein guter Aspekt dessen, was du gerade gefragt hast, was prima aus der familiären Prägung mit im heutigen Charakter. Das treibt mich nicht explizit dieser Satz, aber heute noch um, auch wenn es mal um Kunden geht, einen Pitch zu gewinnen und einen Bestandskunden zu halten. Das ist unwahrscheinlich schwer vereinbar mit meinem ganzen persönlichen Empfinden, wenn wir ein Szenario haben, bei dem wir Ziele nicht erreichen. Dass auch immer jetzt das Ziel ist, ob es der einzelne Kunde ist, ob es ein Projekt ist, name it as you want. Und weil es in meinem Kopf so verlötet ist, wenn du nicht versuchst, der Erste zu sein, wirst du nicht der Zweite sein. Wenn ich das dann reflektiere und frage, habe ich alles versucht, bestmöglich versucht zu tun, um den Vorgang nicht zu verlieren, den Grund nicht zu verlieren. Und ja, das ist eine Prägung, die vorhanden ist. Und da gibt es eine gute Antwort auf deine Fragen, hoffe ich doch. Wie bist du mit dem Druck umgegangen, der wahrscheinlich dahinter steckt, immer versuchen zu wollen oder müssen, erster zu sein? Inzwischen ist es kein Druck mehr. Ich weiß ja nicht, ob es jemals wirklich der Druck war, sondern eher so ein geistiger Ansporn. Heutzutage liegt mir als jemand, der durchaus jetzt ein paar Jahre Erfahrung am Leben hat und auch im Berufsleben, mehr Big Data vor. Das heißt, das Ganze wird nicht so reduziert auf den einzelnen, singulären Vorgang. Es geht darum, wie so ein Sales Funnel zu gucken, dass ich viele Vorgänge im Trichter habe, damit unten auch mal irgendwas erfolgreich rausportzelt. Natürlich besteht dann im nächsten Schritt die Kunst darin, eine gute Ratio zu haben zwischen Vorgängen, die oben drin sind und positiv rauskommen. Das heißt, eher den Schritt zurück zu tun, sich und der Organisation zu hinterfragen, ist das eine vernünftige Balance an Projekten, an Vorgängen, an Effort, an Zeit, an Energie, die man reinsteckt und kommt unten ein sinnvolles Verhältnis raus. Es geht ja auch um die Verhältnisfrage, ist Aufwand und Nutzen ein sinnvolles Verhältnis, sodass man am Ende des Tages glücklich leben kann. Das ist der Meilenstein, den ich in meinem Kopf, glaube ich, erreicht habe. Wie gesagt, nicht auf den einzelnen Vorgang zu reduzieren und sich dann Tage, Wochen, Monate eventuell drüber zu ärgern, dass irgendwas nicht geklappt hat, sondern eben eine größere Perspektive zu haben, sagen, ich habe 50, 100, 200 Vorgänge. Wie fühlst du das Ergebnis von dieser Menge an Vorgängen an? Zum einen, und es kommt eine ganz andere wichtige Dimension dazu, mit der ich häufig arbeite, das ist eine Zeitachse. Ich denke, viel zu selten nehmen wir uns in Meetings, in Dialogen und Bewertungen beurteilen, in dem Name is as you want, eine größere Zeitachse, um eine Bewertung von irgendetwas zu tun. Ich habe einen Begriff, den ich immer gerne aus dem Finanzwesen übernehme, insbesondere Steuern, Stichwort auch Finanzamt. Da gibt es einen Begriff aus der Käseglocke des Finanzamtes, den ich wirklich zu schätzen weiß, weniger die Steuererklärung, sondern hauptsächlich diesen Begriff, und zwar Bemessungsgrundlage. Was ist die Bemessungsgrundlage? Und in der Bemessungsgrundlage gibt es sowohl den quantitativen Wert, aber auch eben eine Zeitachse. Für eine Steuererklärung in der Regel, Einkommenssteuererklärung, nämlich zwölf Monate, was darin passiert. Und das ist auch eine andere Perspektive, die ich da eingebracht habe, um diese Kräfte, die da in mir wirken, habe ich an alles gedacht, habe ich das Ziel erreicht, habe ich an Time, Budget, Quality abgeliefert, war ich die erste, zweite, ja, nein, rauf und runter, Schritt zurück. Was ist die zeitliche Bemessungsgrundlage? Und wie hat sich im Laufe von zwölf, vierundzwanzig Monaten ein System, was mehrdimensional ist, von A nach B entwickelt? Und das ist so meine Vogelperspektive darauf. Und im Maschinenraum wirken natürlich die Kräfte, von denen wir vorhin gesprochen haben. Versuche bei jedem Vorgang der Erste zu sein, sonst wirst du nicht der Zweite sein. Mir gefällt die Perspektive mit dieser, ich habe es so noch nicht gesehen, mit dieser Bemessungsgrundlage voll gut. Gut, jetzt bist du schon länger im Maschinenraum, machst deine Company schon fast 20 Jahre, bist in dem Prozess ein super erfolgreicher Unternehmer geworden. Kannst du dich nochmal früher zurückgedacht an so einen unternehmerischen Moment erinnern, der irgendwie Lust auf mehr davon geweckt hat? Also ich kann mich definitiv an den Moment erinnern, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, Martell so zu gründen. Das war, da die zeitliche Bemessungsgrundlage war eine zehntel Sekunde. Ich kann heute noch sagen, in welchem Raum ich war, in welchem genauen Länge und Breitengrad in dem Raum, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich war in Stuttgart, in der Werfmaßhalder, hatte ich eine Wohnung im vierten Stock oben unter dem Dach, wo der Junggesellen wurde und stand da genau im Übergang zwischen Wohnzimmer zur Küche und bin von der Küche ins Wohnzimmer gegangen. Und im Gehen bin ich stehen geblieben und habe gesagt, ich mache das jetzt. Du hast jetzt nach verschiedenen Momenten geführt, aber das war der Moment, bei dem wie so ein, entweder so ein Big Shrunk, sagen die Astronomen, wo alles sich auf einen Punkt fokussiert und reduziert werden kann oder der Urknall, wo alles entstanden ist, name it as you want, war mir am Kopf sehr viel klar. Drei, vier Punkte waren mir klar. Er hatte eins, ich habe verstanden, das Internet, das wird nicht weggehen. Aus irgendeinem Grund habe ich auch gerochen, dass diese On-Premise-Lösung, das heißt, wenn wir über Software sprechen, das Tendenz sehr Blödsinn ist, irgendwo hinzufahren, das CD-OM irgendwo reinzustecken, lokal eine Software zu installieren, das wird ersetzt werden durch Cloud-basierte Lösungen, also alles in der Cloud, warum soll ich irgendwo hinfahren? Die Bandbreite wächst durch das Internet und ich Funktionalitäten brauche und Arbeitsplätze, das wird nicht irgendwo lokal installiert. Dritter Punkt, ich hatte dann einigermaßen geistig durchstrungen, auch wie diese Telekommunikationsindustrie funktioniert. Du hast es vorhin gesagt, Telco als Buzzword, sowohl auf dem Bereich der öffentlichen Netze, in denen Telefonate von Afrika nach Deutschland geroutet werden, von München nach Hamburg, als auch die andere Seite von Unternehmen, die Telefonanlagen in Keller reinschrauben, also das war so die Welt der Telefonie. Das war so der dritte Punkt, Internet, Cloud, Telefonie. Vierter Punkt war, zwei Jahre vorher, als ich diese Entscheidung getroffen habe, Matthäus, zugrunden war ich zum ersten Mal in einem Google Ads Account drin und habe festgestellt, Moment nochmal, da findet ja ein riesen Paradigmenwechsel gerade statt. Ich zahle nur noch für Werbung, wenn sie erfolgreich ist. Also nicht mehr wie in der Tageszeitung, bei der ich hoffe, eine Auflage von 200.000 Stück oder zwei Millionen am Wochenende von der BAMS, ich drucke meine Anzeige ab, das wird irgendeinen Effekt haben, ich hoffe mal, dass es was bringt, sondern Google hat gesagt, nein, du bezahlst tatsächlich erst, wenn hier auf die Anzeige draufgeklickt wird. Da wurde mir bewusst in diesem Bereich Marketing oder vielmehr diese Komponente Promotion, also Werbung, Reklame. Und Marketing wird ein riesen Paradigmen-Shift stattfinden, Internet, Cloud, Telekommunikation, Änderungen im Bereich Marketing. Wie kann ich das eigentlich jetzt zusammenführen zu einer Lösung, die wir auch heute noch anbieten und vermarkten, die diesen Paradigmenwechsel mitbedienen wird aus Sicht der Telekommunikation. Und diesen Effekt, um mal jetzt auch zur Frage zurückzukommen, diese absoluten Kernschmelze in meinem Kopf, wo ich diese jetzt mindestens vier Punkte zusammengetan habe, dafür fällt mir noch ein, bei mir gefühlte Seniorität aufgrund meiner Berufserfahrung und dem akademischen Hintergrund Reifegrad zu spüren in mir selber, diesen Schritt in der Selbstständigkeit zu tun. Ich glaube, diesen fünften Punkt würde ich gerne noch nachkarten, in der Tat. Diese fünf Punkte zusammengebracht, den muss ich wirklich sagen, hatte ich seit 2006. 1.7.2006 habe ich Matthias so gegründet. In dieser Intensität und dieser Mächtigkeit nie wieder. Was ich nicht als Bug betrachte. Nee, das ist ein Feature. Genau, weil du gerade gesagt hast, erzähl mehrere, gib mir Beispiele, bei denen du so ein Empfinden hattest. Das ist das Authentische und von größter Tragweite. Du warst vorhin aber im Angestelltenverhältnis. Was hat dir, ich meine, du hast jetzt fünf Punkte gebracht, die irgendwo diese Überzeugung oder Klarheit gebracht haben. Gab es nicht trotzdem Angstmomente? Ich mache es jetzt selbst. Ich bin nicht mehr in dem standardisierten Angestellten-Setting, wie ich vorher war, sondern ich gehe komplett ins Risiko und habe die Überzeugung, dass das gelingt. Wie war das? Angst hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe das im Nebensatz eben gesagt. Es war eine ungezählige Wohnung. Das heißt, ich hatte logistisch, emotional, finanziell eine Ausgangssituation, die ich nicht mehr das erlauben konnte. Einmal mal innerhalb von dieser zehntel Sekunde, von der ich gerade gesprochen habe, diese Entscheidung zu treffen. Sind wir wieder bei dem Thema Freiheit vielleicht, was ich vor allen Dingen erst gesagt habe. So Unendlichkeit an Zeit und Möglichkeiten. Der Mathematiker sagt immer so schön, notwendige Voraussetzungen und hinreichende Voraussetzungen. Als ich meine vier, fünf Punkte gerade durchdekliniert habe, waren es eher so die hinreichenden Voraussetzungen. Die notwendige Voraussetzungen, diese Entscheidung einfach mal so in dieser zehntel Sekunde treffen zu können, war, dass ich wusste, ich habe keine Fallhöhe, außer es nicht zu tun. Dieses Zeitfenster ist auch vielleicht eine Glückssache, dass man das im Leben hat. Derjenige, der sein Eigenheim erworben hat, eine Finanzierung am Laufen hat, zwei Kinder hat im Alter von fünf bis 15, kein großes finanzielles Polster hat, der wird sich so einen Schritt deutlich mehr überlegen. Und er sagt, sind meine Rahmenbedingungen, erlauben die das überhaupt, so einen Schritt zu gehen? Weil es gibt ja in der Tat, wie du eben sagtest, Versagenswahrscheinlichkeit, um auf den Punkt Angst, den du gerade angesprochen hast, zurückzukommen. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen, die ich hatte, hatte ich da zu keinem Zeitpunkt Angst, nein. Uns wurde auch, ich muss gerade sagen, wenn du es sagst, bezüglich Fallhöhe, uns wurde damals, als Matthias und ich aus der Deutschen Bank raus sind und Lizza gegründet haben, wurde uns viel Mut nachgesagt. Haben wir gar nicht so empfunden, weil, wie du sagtest, die Fallhöhe relativ klein war. Aber wenn es nicht funktioniert nach einem Jahr oder zwei, dann geh mal irgendwie wieder zurück in Konzern. Die Situation ist anders in einem Familienvater Beispiel. Aber nehmen wir uns mal mit in diese Anfänge von damals, als es noch nicht Mattel so hieß. Was hast du, was habt ihr da gemacht? Das initiale Produkt hieß Chiffre-Telefonrufnummern. Okay. Das sind jetzt verschiedene Schlagworten, die man kurz verdauen muss. Chiffre, was ist überhaupt eine Chiffre-Anzeige? Chiffre-Nummer damals noch wie in den hier Tageszeitungen. Tageszeitungen. Richtig, genau. Also, ich weiß gar nicht, ob es das Produkt heute noch gibt, aber vor 20, 15 Jahren, gute 15 Jahre ist es jetzt her, war die Durchdringung von Tageszeitungen in Westeuropa noch deutlich größer. Nehmen wir mal auch eine Tageszeitung mit sehr, sehr viel Anzeigen. Gerade weil du in Karlslautern bist, hier in der Region, ist der Sperrmüll, war damals ja angesagt. Das war so eine Zeitung, die du einmal freitags kaufen konntest. Da waren Zehntausende von kleinen Anzeigen drin, von Privatpersonen, die etwas verkaufen wollten. Heute macht es eBay digital. Damals war das Print. Sprich, der eine will seinen Satz Winterreifen verkaufen, der andere seinen Sonnenschirm. Der eine hat die Spielsachen zum Verkauf etc. pp. Und natürlich sind auch einige Inserenten dabei gewesen, ihre Immobilie verkaufen wollen, also hochpreisige Produkte. Und je hochpreisiger ein Produkt damals war, desto mehr war die Affinität da, bei den Menschen, die etwas verkaufen wollten und deswegen diese Inserate geschaltet haben, gewisse Formen der Anonymität zu haben. Also man wollte, wenn ich in der Rhein-Pfalz mein Haus verkaufe, zu einem gewissen Preis nicht mitbekommen gleich, man wollte vermeiden, dass der Nachbar gleich mitbekommt, dass ich mein Haus verkaufe. Deswegen hatte man eben eine Chiffre-Zifferkombination in dieser Anzeige drin. Das Verfahren war dann wie folgt, dass der Leser der Anzeigen, der Interessent, dann an den Verlag einen Brief geschrieben hat unter Angabe dieser Chiffre-Ziffern-Folge und der Verlag hat dieses Postalisch dann weitergeleitet an den Verkäufer. Also ein Menschenskinder. Was ist denn das für ein nicht-digitaler Prozess? Das kann man doch mal auf Telefonie übertragen. Wir gehen hin und vergeben Chiffre-Telefonrufnummern. Also dem Verkäufer, also der Immobile, dem geben wir speziell für die Laufzeit des Verkaufsprozesses seiner Immobile eine dedizierte Telefonrufnummer, die er exklusiv in dieser Anzeige veröffentlicht. Also indem ich zusätzliche Telefonrufnummer schalte, weiß der Nachbar nicht, oh, das ist 0631 für Kaiserslautern, aber hinten die Ziffernfolge, die kann ich niemanden zuordnen, weder meinem Nachbarn, noch meinem Zahnarzt, noch der Zahnfell, wem auch immer. Also er bucht temporär eine Telefonnummer. Genau. So, damit bin ich gestartet. Ich habe gesagt, das braucht doch die Weltgemeinschaft. Wir haben Sperrmüll, wir haben der Rhein-Pfalz, wir haben die FAZ, überall erscheinen Anzeigen, egal in welcher Branche, auch im Bereich Recruiting. Ich fahre eine Anzeigenstrecke in der Süddeutschen, in der FAZ für einen neuen Head of Sales. Wer bringt mir eigentlich mehr Anfragen über den Kontaktkanal Telefon? Um einmal die Kurzversion zu machen, ich habe damals keinen einzigen Kunden gefunden im Bereich der Verlage, die gesagt haben, jawohl, das wollen wir machen. Da habe ich gesagt, kratz, kratz, okay. Die Idee finde ich dafür vor Grund, Marketing und Telekom, das ist ja, worum es hier am Ende des Tages geht, irgendwie zusammenzubringen. Dann probieren wir das Ganze noch in einer anderen Ausprägung eines Kleineinzeigenmarktes, nämlich auf Kontaktbörsen. Die wurden damals schon sehr digital. Die erste Kontaktbörse, die ich mir mal angeschaut habe, war neu.de, weiß nicht, ob wer die noch kennt. Auf jeden Fall habe ich dann mit allen möglichen Kontaktbörsen, mal eher mit dem roten Anstrich, mal mit weniger rotem Anstrich, ein Rote Portal, jemand will mit jemandem reden, telefonieren, chatten, mit der sie wohnt, versucht das Produkt zu platzieren und das hat auch nicht geklappt. Keine einzige Partnerbörse gefunden, die gesagt hat, ja, wir wollen das implementieren. Den einen oder anderen Produktmanager, der einen oder anderen Verlagsleiter oder der Geschäftsführer, wir wollen im Bereich der CISA Verlage oder der Singlebörsen, haben wir mal durchaus signalisiert, die Idee ist gar nicht so dumm, aber es war kein Spin im Markt, mit dem man sagen konnte, der eine hat mal damit angefangen und das hat eine gewisse Lawine ausgelöst, dass andere mit nachgezogen sind. Das heißt, nach ungefähr anderthalb Jahren saß ich da und hatte de facto keinen vernünftigen Kunden, hatte zwar angefangen, eine eigene Technologie aufzuräumen auf eigenen Servern, damit ich ein Produkt habe, was dann auch zum Einsatz kommen kann, musste mich dann erstmal temporär anders in Einführungsstrichen organisieren, um Umsätze zu generieren. Aber das führe ich gerne weiter aus, wenn ich es jetzt soll. Ich finde es total spannend. Wenn ich mir gerade denke, da kommt der Frank, der irgendwie erzogen wurde, auf der Beste sein, probiert anderthalb Jahre und kommt irgendwo nirgendwo hin. Wie bist du damit umgegangen? Danke, genau. Du spannst dich sehr schön fahren zu den Themen, die wir vor 15, 15 Minuten inzwischen hatten. Klar, dann habe ich gesagt, Failure ist not an Option, um den Spruch mal rauszuhauen. Das ist ein Menschenskinder. Jetzt musst du halt überlegen, damals war der Begriff Entrepreneur nicht so präsent in meinem Kopf, aber das geht jetzt nicht, den Laden zu machen. Da habe ich halt durch viele Gespräche, die ich natürlich mit Interessenten und Firmen geführt habe, gemerkt, was kannst du denn jetzt am ehesten verkaufen? Und dann ist da jetzt endlich mir nichts anderes übrig geblieben, einfach mal als, ich verkaufe jetzt immerhin virtuell Telefonanlagen. Vorhin habe ich ja gesagt, Internet, Cloud-basiert versus On-Premise und habe dann mit den Servern, die ich hatte, die ersten virtuellen Telefonanlagen abgebildet und dann die ersten Mal dann mal Umsätze gemacht, bei denen man sagen konnte, es waren Umsätze von einem Unternehmen, noch davon entfernt, so viel Umsatz zu machen, dass ich mein Gehalt, was ich mal als Angestellter hatte, wo ich sehr gut Geld verdient habe, zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz, das war dann so eine Phase von zwei Jahren, weil ich nämlich einige Kunden akquiriert habe, die große Affinität hatte für so eine virtuelle Telefonanlage. Das hat mich dann gezwungen, natürlich mehr Technik aufzubauen. Die Technik wurde immer mächtiger, die Teams wurde immer zuverlässiger, auch weil, was ich zum Beispiel nur geschätzt habe, ist, wie hart es ist, zuverlässig einen Server 24x7 zu betreiben, auf dem Telefonie abläuft. Meine Entscheider, die waren sehr forgiving, wenn sie ein Blue Screen hatten von Windows. Gut, dann starte ich halt meinen Rechner neu, aber bloß das Telefon, was auf dem Schreibtisch steht, wenn das mal nicht funktioniert, eingehen und ausgehen, das ist völlig im Belag. In diesen zwei Minuten, wo es mal nicht funktioniert, das wäre der Deal des Jahrhunderts gewesen. Genau da hätte meine Kunde angehoben, der mich gerade beauftragen wollte mit dem Jahrhundertdeal. Also da habe ich, ich habe mir viele blutige Nasen geholt, diesen Server einfach mal 24x7 zu betreiben. War aber gut, diese Lernkurve hinzubekommen, Server zuverlässig zu betreiben. Hat mich aber wie gesagt gezwungen zu disziplinieren, dass die Server funktionieren und die Funktionalitäten wurden immer mächtiger. Um die Geschichte aufzugreifen, das war eine nette Phase von ungefähr zwei Phasen, zwei Jahren, in denen dann tatsächlich Kunden kamen, Umsätze kamen. Ich habe aber nicht aufgegeben, diese eigentliche Gründungsidee zu verfolgen. Das hast du parallel gemacht? Genau. Und warst du da als Ein-Mann-Bude unterwegs oder waren da ein paar Leute, die dich unterstützt haben? Das war so eine Übergangsphase zu einem damaligen Kollegen, der dann auch als Gesellschafter mit reinkam, Markus Weiler war zu nennen. Ganz toller Kerl, der die Technologiekompetenz damals mit reingebracht hat, sicherzustellen, dass diese Server tatsächlich mal 24x7 funktioniert haben und das gemacht haben, auch was der Kunde will. Das war dann die Phase, als der Markus mit dazu kam. Nichtsdestotrotz habe ich mich nicht nehmen lassen, diese eigentliche Gründungsidee weiter zu verfolgen. Und dann würde ich mal sagen, so im fünften, sechsten Jahr, da kam dann zum allerersten Mal der richtige Call-Tracking-Kunde, so wie ich das heute nenne. Also vorhin haben wir über Chiffre-Telefonrufnummern gesprochen, dann ging es erst mal temporär Marketingrufnummern-Service und dann kam das Buzzword auch von Google geprägt, Call-Tracking, so heißt dieses Thema, was wir heute machen, immer noch so. Da kam der erste Kunde, der erste richtige Kunde, die Geschichte teile ich auch gern, der aus irgendeiner Quelle meine Telefonrufnummer, meine Handy-Nummer damals rausbekommen hat. Im fünften oder im sechsten Jahr? Das war im fünften, sechsten Jahr, so was, genau. Richtig. Zwei Jahre war Frustration, zwei Jahre war dann Erfolg mit diesen virtuellen Telefonanlagen, genau, es muss so fünf, sechstes Jahr gewesen sein. Und zwar, mir hat mich damals angerufen, ein John Goddard. John hatte damals die Firma Winlocal in Frankfurt gegründet und heute eher geläufig an einem Brand kennst du einen. John, meine ich, kommt aus USA, zeige mir, wenn ich es nicht mehr ganz weiß, über der UK, auf jeden Fall weiß ich auch, als mein Mobiltelefon geklingelt hat, auch da könnte ich ja länge und brei gerade sagen, als es geklingelt hat, denke ich, was ist das für eine Frankfurter Nummer? Gehe ich gerade, ich habe, bist du Frank? Ich so, ja, ich bin Frank. Ja, Frank, ich habe gehört, du kannst Telefonrufnummern mir verkaufen. Ja, klar, ja, ich habe hier ein Portal, ich brauche 6.000 Telefonrufnummern für 6.000 in the rent. Hast du den? Ich so, ja. Ja, John, Frank, hast du auch eine API, über die ich die nächste Zeit rufen kann? Ich so, ja, die habe ich. Okay, send me over the contract. Innerhalb von 24 Stunden war der Vertrag unterschrieben. Ich hatte zum allerersten Mal den richtigen Call-Tracking-Kunden dahingehend, dass es um tausende von Anzeigen ging. In dem Fall waren es Landingpages von Kleingewerbetreibenden. Also wir sind raus aus einer Welt der Tageszeitung gedruckt, waren dann in der Welt 100% digital. Wenn ihr so, wie gesagt, Landingpages, Microsites geht, bei denen damals, kennst du einen, eben gesagt hat, pass auf, ihr seid lokale, mittelständische, kleine SME-Companyes. Ihr braucht eine Internetpräsenz. Ihr müsst auch im Internet gefunden werden. Und wenn ihr gefunden worden seid, wollt ihr auch Leads haben. Und John hatte das, wie gesagt, das müssen wir jetzt anfangen zu rechnen. Das muss so 2011, 2012 gewesen sein. Ich müsste mal einen Vertrag schauen. Der läuft heute noch. Ist nicht gekündigt. Was war das Contract Volume damals? Also wie viel Geld hat das gebracht? Ich glaube 5000 Euro im Monat. So langsam nähern wir uns mal dem Sweet Spot, dem ICP, wie man heute auch so schön sagt. Ideal Customer Profile. Genau. Wo das Produkt perfekt reinpasst. Ich musste ihm gar nicht groß erzählen, worum es geht, sondern er hat danach gesucht, weil er wusste, das passt absolut in seine Value Probe, in das, was er seinen Kunden verspricht, rein. Die API war da, die Server waren da, die Nummern waren da. Wir konnten dann mit dem Projekt dann sehr zeitnah starten. Jetzt hast du mich aber, das ist mal ein Flow rausgebracht, macht aber nichts. Wo war ich stehen geblieben? Genau, eigentlich in der Historie von Mattel, das war dann der allererste Kunde, weil ich mich irrsinnig gefreut habe, dass dann doch ein Markt dafür da ist, das, was dann über vier Jahre hinweg gebaut worden ist auch, dass es dann auch da super gepasst hat. Und dann ging es dann relativ schnell weiter, da kamen andere Portale auf einmal auf die Idee. Das waren dann unsere Multiplikatoren, so typische Marktplätze, nenne ich es mal. Also jemand, der einen Marktplatz betreibt für Dachdecker, einen Marktplatz, der betreibt für Elektriker. Ich habe das immer gesagt, gelbe Seiten, by the way, war und ist auch noch heute unser Kunde. Wäre auch im Prinzip der Ansatz, dass sie sagen, gelbe Seiten, auch früher war es sicherlich das führende Medium, ein gelbe Seiten Telefonbuch gedruckt. Der Wandel ist vollzogen. Die gelben Seitenverleger sind auch in der digitalen Welt angekommen. Gehen zu den Endkunden und sagen, liebe Kfz-Werkstatt, hier im Gewerbe, wie geht Kaiserslautern, hast du eine Online-Präsenz, ja oder nein? Wenn du eine Online-Präsenz hast, wie generierst du Besucher in deiner Online-Präsenz? Und wenn du Besucher hast, was passiert überhaupt mit denen? Da kamen, wie gesagt, viele von diesen Marktplätzen dazu. Du hast vorhin auch Autoscout und Mobile genannt. Den haben wir alle Projekte gemacht. Das eine oder andere ist noch live, das andere nicht mehr, whatever. Und das war dann so die Wachstumsphase von Mattel, bei dem wir gemerkt haben, Gott sei Dank haben wir diese vier, fünf Jahre ausgehalten von der Gründungsidee, von dem Gründungszeitpunkt am 1.07.2006 bis zu dem Zeitfenster, bei dem dann, weil mir der Erste da war, das haben wollte, es eingesetzt hat und dann, man hat dann auch gemerkt, dass in der Branche, dass so durch die Community gegangen ist, das Thema und ich einen Effekt genießen konnte, dass ich hier und da gar nicht mehr pitchen musste, sondern die haben gemerkt, die Portale, wenn sie es nicht nutzen, sind sie schlechter als ihr Wettbewerb. Das war so mit das Beste eigentlich, was mir passieren konnte und da dann über die Laufzeit hinweg zwischen fünf Jahre, fast zehn Jahre vergangen, wenn ich jetzt mal so ein Zeitfenster von bis 2015, 2016 nehme, da haben wir sehr fleißig, auch mit vielen tollen Kollegen, die auch heute noch bei uns sind, im Markt unsere Footprint hinterlassen, dass man den Namen Mattel so immer mehr kannte. Das heißt, das Thema wurde relevanter in vielen Portalen, in vielen Marktplätzen und dann durchaus auch gefüttert durch die Markenpräsenz und Markenbekanntheit von uns, der Reflex von vielen Kunden, wenn ich es schon mache, in Deutschland, dann mache ich es auch mit einem lokalen Anbieter. Wenn wir darüber Wettbewerb sprechen wollten, es gibt natürlich Wettbewerb, national, hauptsächlich international, fand ich es dann ganz charmant, dass wir dann einen Großteil der Projekte umsetzen durften, im deutschsprachigen Raum und das ist, glaube ich, immer so. Wenn wir jetzt in die dritte Phase reingehen wollen, also Phase 1 war, Gründung, zwei Jahre absolute Durststrecke mit Telefonanlagen, dann im dritten, vierten Jahr, um ein bisschen Geld zu verdienen, dann diese Wachstumsphase und jetzt könnte ich die Phase 3 gerne noch durchleuchten, aber das mache ich erst nach Aufforderung, weil ich glaube ich rede gerade sehr, sehr lange schon. Ich finde es mega beeindruckend, wie ihr diese erste Phase durchgestanden habt. In dem Moment, ich kann mir das gut vorstellen, ich weiß noch bei Lizza, als irgendwie dieser fertige Pizzateig nachgefragt wurde, war so dieser Moment klar, okay, wir haben jetzt, there is a fit, es gibt jetzt ein Produkt-Market-Fit und das können wir jetzt irgendwie skalieren. Das hat natürlich seine eigenen Herausforderungen, aber wie hast du es, wie habt ihr es geschafft, diese ersten fünf Jahre durchzustehen? Also ein finanziell vom Ersparten zu leben, ein sparsames Leben zu führen und was mir wichtig war, wenn ich da versuche, das auch den ersten Impuls mal zu hören, was mir noch einfällt, jetzt ist eine ist wieder eine notwendige Voraussetzung, die hinreichende Voraussetzung war, dass ich es mir jetzt habe nicht nehmen lassen, kreuz und quer durch die Bundesrepublik zu fahren. Ich war auf jeder Konferenz, ich war auf jeder Messe, ich habe versucht, bei jedem CEO, der in gewisser Form in Frage kam, als Kunde, einen Termin zu machen. Also du warst hart am Hassern. Genau, ich bin einfach gesagt, die Wahrheit ist nicht am Schreibtisch hinter meinem Bildschirm, die Wahrheit ist nur, wenn ich da rausgehe. Sehr wahrer Satz. Ich entsinne mich an eine Fahrt mit einem Ex-Kollegen, wir sind nach Essen gefahren, Telegate war es, richtig Telegate. Telegate ist und war unser Kunde. Es war ein furchtbarer Winter. Damals waren es noch nicht Kunde, wir wollten es zum Kunden gewinnen. Furchtbar kalter Winter, riesen Stau da um Essen rumrum und bei uns ist dann auch noch die Heizung im Auto ausgefallen. Es saßen dann in den Mänteln im Auto und mein Kollege, der jetzt Inhaber der Firma ist, das hat sich wahrscheinlich auch gefragt, was treibe ich überhaupt, fahre hier im Golf 2 durch die Gegend, irgendwo nach Essen und versuche jemanden zu finden, dem ich Telefonrufnummern verkaufe. Ja, das ist so eine Geschichte, die da in mir hochkommt. Aber dieser Aspekt, weil du gerade gefragt hast, wie habe ich diese zwei Jahre, vier Jahre überbrückt, war diese Attitude, die ist aus irgendeinem Grund da an den Tag gelegt. Verlass deinen Arbeitsplatz, geh hinter deinem Bildschirm weg, fahre zu den Leuten auf Messen und Kongressen und Suchgespräche. Das war das Wichtigste. Ich muss jetzt aus der Zeit was machen. Ich gehe nicht raus aus diesem Zeitfenster. Ich habe keinen Kunden gefunden. Das war für mich nicht akzeptabel. Wenn ich es rückwirkend betrachte, habe ich lieber gesagt, ich finde jetzt Kunden für ein anderes Produkt als mit aller Gewalt das Produkt zu verkaufen. Deswegen gab es diese Phase von virtuellen Telefonanlagen. Das ist jetzt nicht der Grund, warum ich morgens wach werde oder warum ich Mattel so gegründet habe, jetzt der 85. Anbieter von Telefonanlagen zu sein, auch wenn sie in der Cloud sind. Aber wenn es der Mittel zum Zweck ist, jetzt nochmal zwei, drei Jahre zu überbrücken, weil dann endlich mal Cache reinkommt, dieser Cache war, auch wenn es bescheidener Cache war, zumindest hat es auch die Firma geformt, sicherzustellen, dass die Server funktioniert. Das war ein Thema, das ich auf Anfang angesetzt habe von meiner Marke auch auf eigene Technologie, zu setzen. Ich wollte nicht nur irgendein Reseller sein, irgendwo einkaufen und weitervermarkten, sondern ich liebe Produkte, ich liebe Technologie, ich liebe es, wenn ein tolles Produkt da ist, auch wenn es Cloud basiert ist, dass wir es selber betreiben. Und es ist schön, dass rückblicken, es war nicht nur opportun, um irgendwie zu überleben, sondern was ich rückblicken feststelle, ist durch gerade diese virtuellen, die Kunden im Bereich virtuelle Telefonanlage, dann auf einmal endlich mal Kunden zu haben, mit denen du die Technologie noch besser domptieren kannst. Dass du dir die Funktionalität erweiterst, von der wir heute noch profitieren. Das ist die Antwort auf die Fragen, denke ich. Beschreibt mal den Scale-Up, nachdem ihr gemerkt habt, mit dem Engländer oder Amerikaner, hey, das funktioniert. Wie habt ihr das ausgerollt? Wie habt ihr das größer gemacht? Da hat es sich ausgezahlt. Wie ich eben sagte, dass ich seit mindestens fünf, sechs, sieben Jahre am Stück permanent draußen im Markt unterwegs war. Man hatte mich und den Firmennamen gekannt und durch diesen Effekt, der in der Branche, die sich eingestellt hat, ich habe vorhin das kurz im Nebensatz schon angesprochen, dass wir gerade in diesem Bereich der Marktplätze einen Effekt hatten, dass viele gemerkt haben, wenn wir das jetzt nicht tun und in unser Leistungsversprechen mit reinbauen, unseren Inserenten auszuweisen, was wir Gutes für sie tun. Marktplatz sagt, okay, ich habe eine Webseite. Auf der Webseite kannst du als Unternehmen ein Listing bekommen, kannst dort einen Eintrag bekommen und wir sorgen auch dafür, dass wir Besucher auf dem Marktplatz haben und dass diese Besucher für dich als Gewerbetreibende für dich interessieren. Die haben gemerkt, wenn sie dieses Leistungsversprechen, dieses Nachweises des Erfolges ihres Marketings nicht konsequent, auch auf Telefonie, übertragen, dann werden sie im Vergleich zu ihrem Wettbewerber an Attraktivität verlieren. Dankeschön, genau. Das heißt, dieser Effekt bin ich jetzt einmal in meinem Leben in den Genuss gekommen, dass ein Markt das gemerkt hat, sie brauchen es. Ich rede mal, vielleicht hinkt der Vergleich sicherlich, aber was mir spontan einfällt, dann muss es übertragen auf eine Welt, die wir alle kennen. Ich möchte nicht von staatlichen Förderungen jetzt sprechen, aber ich nehme sie trotzdem. Viele beschaffen sich eine Ladestation an, auch für den privaten Bereich, meines Wissens nach, weil es eine staatliche Förderung dafür gibt. Das heißt, das sind auf einmal so schon makroökonomische Faktoren, die dazu führen, dass viele Haushalte, viele Unternehmen sagen, okay, dann schaffe ich mir so eine Station an, kostet wenig, außerdem bin ich dann zukunftsorientiert ausgerichtet. Und so einen Effekt hatten wir auch. Nicht, dass es jetzt an der Stelle subventioniert worden ist, aber sie wussten, ich muss diese Funktionität in mein Portfolio mit reinnehmen, um überhaupt noch in fünf Jahren im Markt relevant sein zu können. Weil es geht darum, der große Treiber, wenn ich die großen zeitlichen Sprünfe mache, ist und bleibt Google. Wir machen jetzt viele anders auch, aber performancebasiertes, Abrechnung von Werbeversprechen. Ich sage nicht nur, ich habe jetzt 20.000 Follower und poste was, sondern Google sagt, erst wenn du auf meine Anzeige draufklickst, zahlst du 5,10 Euro, was auch immer. Der berühmte PPC ist Pay-Per-Click. Ja, und dieser Paradigmenwechsel, der vor 20 Jahren plus wahrscheinlich eingeleitet worden ist, der kommt natürlich irgendwann auch bei den Anzeigenkunden an. Selbst wenn es Anzeigenkunden sind, die nicht so digital sind wie in einer Kfz-Werkstatt. Aber die sagt sich auch, was soll ich jetzt dem gelben Seitenmenschen, der jetzt vorbeikommt, der möchte jetzt nochmal für ein Jahr abdrucken, meine Anzeige in einem gelben Seiten und ein Telefonbuch, 2.000 Euro soll ich dem dafür zahlen oder 5.000 Euro, damit es eine halbseitige Anzeige ist, der sagt, ich habe hier eine Agentur oder einen Marktplatz, Kfz-Service-Werkstätten, die sagen mir, pass auf, für 50 Euro im Monat bist du bei mir gelistet im Marktplatz, aber für jeden Anruf, den wir dir generieren, zahlst du nochmal 20 Euro. Für was entscheidet er sich? Für pauschal 2.000 bis 5.000 Euro bei den gelben Seiten, wo er sagt, in welchem Haushalt steht das Telefonbuch überhaupt? Selbst wenn es in 20.000 Euro oder 100.000 Euro steht, kontaktiert mich jemand damit, der geht sicherlich den anderen Weg, den digitalen, der sagt, für 50 Euro bin ich irgendwo gelistet, dem Portal, dem Portal, dem Portal und ich bezahle nur, tatsächlich, wenn dieses Portal mir Anrufe generiert. Anrufe in dem Fall generiert. Sind das auch die realen Zahlen oder kannst du ein Beispiel machen, wenn ich jetzt Kfzler bin, was ist der Pitch von Mattel so für mich? Wenn wir mit unserer Cash-Cow, sagen wir mal, in diesem Bereich, wo wir uns gerade drüber unterhalten, reinschauen, ist die einzelne Kfz-Werkstatt weniger unser Kunde. Unsere Kunden sind im Bereich des Call-Tracking, von dem ich gerade spreche, sind es eher diese Marktplätze. Das sind die großen Multiplikatoren auch für uns. Nehmen wir einen Autoscout. Ein Autoscout hat raun und baut 20.000 Händler auf der Plattform. Mit Autoscout zusammen starten wir diese ganzen Händler aus mit Telefonrufnummern und helfen dann sowohl dem Autoscout zu verstehen, in ihrem Marktplatz, wie viele Anrufe generieren sie und wir verteilen sich auf die einzelnen Autohändler. Und die Autohändler wiederum auch wissen über den Marktplatz Autoscout, wie viele Anrufe wurden dann konkret generiert. Was zahlt so ein Händler plus minus pro Anruf? Es gibt zwei Modelle. Das eine ist der Paketansatz, dass man sagt, wenn wir in diese Premium-Portale mal reingehen, wie mobile und Autoscout, das sind ja eher Packages und der Markt ächzt über die Preispolitik der Portale. Also in der Markt sind jetzt die Autohändler, die sagen, die wollen ja immer mehr dafür, dass wir da unsere Listings ausspielen. Also die gehen eher da pauschal vor, sagen für die hunderte, tausende von Euro, die im Monat an uns zahlst, kannst du deine Listings ausspielen, du kriegst Funktionalität und wir generieren dir Leads und wir generieren dir auch Leads über Telefonate. Also ein Pauschbetrag. Wenn wir über Pay-Per-Lead-Modelle sprechen, müssen wir aus diesem Umfeld der Marktplätze rausgehen und gehen eher mal Richtung Online-Marketing-Agenturen. Der Unterschied zwischen einem Marktplatz und einer Agentur, ein bisschen selbsterklärende Agentur, hat auch noch ein Leistungsversprechen, die sagen, wir wollen an dein Marketingbudget ran, liebe Kfz-Werkstatt und wir behaupten, wir sind besser als mobile.de, wir sind besser als Autoscout, sondern gib uns ein Tausender im Monat, 500 Euro im Monat, dafür generieren wir dir eine Online-Präsenz, mal mit Listings bei Autoscout, mal mit Listings bei mobile.de, nehmen wir das, wie wir wollen, aber wir bauen auch eigene Microsites auf, eigene Landing-Pages, bei denen wir Probe fahren, wir neue Modelle für dich generieren wollen und dort gibt es natürlich progressive Agenturen, die gehen hin und sagen, wir wollen jetzt kein Monthly Retainer haben, 500.000, 2.000 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, das sind so die Ranges, sondern wir sind so davon überzeugt als Online-Marketing-Agentur, dass wir tatsächlich wertvolle Leads für dich generieren, dass wir pro Anruf abrechnen wollen und dort sind die Preise, was ich so mitbekommen habe, geht los bei 20, 30, 40, 50 Euro pro Call bis zu 500 Euro pro Call. Das ist so die Range. 100 Euro pro Call. Genau. Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, deine Kunden sind nicht die Kfz-Händler selbst, sondern die Agenturen und die Portale. Genau. Hat sich das so entwickelt? Das hat sich entwickelt, war es so geplant oder ist es in Einführungsstrichen die normative Kraft des Faktischen? Ich glaube, beides. Mein Matelso ist mit 50 Personen jetzt keine Sales-Organisation. Ich träume immer von den gelben Seitenverlagen, von denen ich vorher gesprochen habe. Ich glaube, die hatten zu den besten Zeiten ein paar tausend Vertriebler auf der Straße. Die sind durch die Gewerbegebiete der Bundesrepublik gelaufen. Die haben überall angeklopft. Aufräge gezeichnet. Auch sehr ein bisschen, nein, das ist der völlig falsche Begriff, aber aus meiner Tenovis-Zeit war ich bei Tenovis, ein Telekommunikationsunternehmen, war ich Telefonanlagen, hatten wir, glaube ich, damals 1.200 Leute, die im deutschsprachigen Raum tagtäglich Telefonanlagen verkauft haben. Das heißt, die Sales-Power haben wir nicht. Wir müssen gucken, dass wir ein Produkt haben. Wir müssen gucken, dass dieses Produkt auf unseren Scharfern 24x7 funktioniert und sind dann ein abhängigster falscher Begriff, aber eine sehr starke Multiplikatoren suchen wir, um Reichweite im Sinne der Projekte zu generieren. Das sind die Marktplätze und das sind die Online-Marketing-Agenturen. Weil mit Tausenden von Kfz-Werkstätten haben wir nicht die Manpower, die zu akquirieren und auch nicht zu supporten und die Projekte abzubekern. Kannst du ein paar Zahlen nennen, wie groß seid ihr heute? Was macht ihr plus minus an Umsatz? 50 Leute, hast du gesagt? 40. 40, genau. Wir machen 5 Millionen Umsatz mit 40 Leuten, mit 550 Kunden, mit denen wir eine Vertragsbeziehung haben. Und sagen wir mal, vorhin hast du gesagt, Millionen von Call-Tracking-Nummern sind live. Auf mehreren 100.000 Webseiten sind wir verbaut mit unseren Call-Tracking-Nummern. Nerdy Frage, wie funktioniert das mit diesen Nummern? Wer vergibt das? Wie kommst du an Millionen von Telefonnummern? Fangen wir mal im Maschinenraum gerne an. Wir sind bei der Bundesheidsagentur, wenn wir jetzt mal über den Deutschsprachigen oder Deutschland als Marktsprechen, gemeldet, als Anbieter von Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben da ein Zertifikat, dass wir das machen dürfen. Wenn du das heute verkaufen möchtest, kannst du es tun. Dann mag es Gott sagen, dereguliert, aber du brauchst im Prinzip das Testat, die Freigabe von der Regulierungsbehörde, das zu tun. Dieses Testat zu bekommen, ist nicht anspruchsvoll. Ein Brief, kommst du eine Anmeldung, hast deine Nummer, prinzipiell eine Steuernummer bekommen. Die spannende Herausforderung kommt danach, weil wir haben regelmäßig, ich nenne es mal Audits auch von der Bundesheidsagentur, die prüft, was treiben wir da überhaupt. Und dort gibt es ein Stichwort, so eine Rufnummern-Vergabeverordnung. Das ist ja der deutsche Begriff wieder wie Leistungsgrundlage, aber es ist auch gut, jetzt an der Stelle it's not a bucket, it's a feature. Das heißt, es gibt da alle möglichen Regularien, die ich über fünf Jahre aufgesaugt habe, zu wissen, was können wir jetzt tatsächlich wie technologisch und auch regulatorisch machen, um sowas tun zu können. Jetzt steht hier heute so plus minus 40 Leute, gut fünf Millionen Umsatz. Du meintest vorhin, oder ich habe rausgehört, so ein bisschen vielleicht neidisch auf große Vertriebsorganisationen schaust. Wohin entwickelt sich Mattelso unter deiner Führung, wenn wir jetzt in fünf Jahren wieder sprechen, wo stehst du da? Fangen wir mal mit den Basics an. Der schmunzelt so ein bisschen. 2021 haben wir begonnen, ein Team uns zu hinterfragen, wie können wir Mattelso noch, wie gesagt, erfolgreicher aufstellen für die Zukunft. Das Ganze fängt für mich an und mir wieder frage, ich habe es vorhin gesagt, was ist das Produkt? Wenn ich nicht sagen, dass ich ein Produkt-Nerd bin, aber ich liebe gute Produkte. Ein Video, was ich bei uns in der Academy intern immer laufen lasse, gerade wenn wir auch neue Kollegen haben, die zu uns kommen, ich lasse zwei Videos ablaufen von der Probefahrt mit einem Auto. Das eine Video ist eine Probefahrt, ich mache jetzt kein Markenbashing, aber von einer Firma, die ein Auto anbietet, eher so ein Punto und das andere ist eine Probefahrt in einem Auto, wo eher so Porsche draufsteht. Und dann frage ich sie, in welcher Firma willst du lieber arbeiten? Eben, wenn das Produkt A oder B produziert und verkauft wird. Und ich bin halt ein Anhänger von technologisch anspruchsvollen Produkten. Weil ich würde sagen, wenn ich ein tolles Produkt habe, ist es schon leicht, das zu vermarkten. Ich träume immer von einem Sales-Pitch, der so aussieht, dass ich sage, was auf, bleiben wir gerne im Automotive-Kontext. Hier ist der Schlüssel. Es ist Freitagnachmittag, du kommst am Montag zurück, ich bin der Autohändler, gehst du mir den Schlüssel zurück. Am Montag weiß ich ganz genau, ob er das Ding kauft oder nicht. Da muss ich nicht nochmal viel erzählen. Ich muss nicht nochmal Feature-Fucking machen, muss nicht groß über Preis philosophieren. Eben, der will ja das Ding, weil er will es nicht. Und wenn er es will, hat er auch das Geld. In einem anderen Umfeld, wenn ich ein Produkt habe, was nicht so reinschlägt, wie eine Probefahrt beim Auto oder ich kleide dir mal ein iPhone für ein Wochenende aus, wird es gleicher Effekt sein. Anders Preis-Levelte wird der gleiche Effekt sein. Ich will es und kann es mir leisten, dann geht die ganze Diskutierei los. Ja, ich mache einen Rabatt. Oder wir machen nochmal eine Probefahrt. Weil der Mensch, der die Probefahrt gemacht hat, der wird sagen, ja, das ist ja alles ganz gut, aber es hat ein bisschen geknarrt, es hat gewackelt und hier ist ja gar kein Leder, sondern Kunststoff. Das Ganze, wie sagt man in Iden immer so schön, Jalla, 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 Riesengelabe, bis endlich das Ding verkauft. Na gut, sagen wir mal, selbst die Hürde, wenn ich sage, ich habe eine gute Vertriebsmannschaft, die sollen ja auch für was bezahlt werden, also nicht so tolles Produkt über die Ladentheke schieben, die haben ja einen Job gut gemacht. Dann geht es aber weiter. Dann sagen die, oh, wieder eingefunden, der hat das Bundeskriegmann, Gott sei Dank. Privat will ich lieber das fahren, aber ich arbeite in der Organisation. Das geht ja dann weiter. Bleiben wir gerne im Automotive-Sektor. Das war für mich so ein Eye-Opener vor Jahren, als es dann losging mit Rückrufaktionen, auch mit vorsätzchem Betrug, irgendein bisschen, aber man sagt, ja, wenn ich ein bescheidenes Produkt habe, allein der Service, das ist, wenn ich mit einem bescheidenen Produkt, was häufiger defekt ist, zur Service-Werkstatt fahre. Allein die Menschen, die im Service-Bereich arbeiten, sind einmal bei der einen genannten Unterautomarke und bei der anderen, bei der letztgenannten, die werden tendenziell mit Kunden haben, die schlecht gelaunt sind. Das funktioniert schon immer nicht. Was ist das für ein Scheiß? Kümmern die euch mal drum? Ich bezahle es nicht. Ich möchte eine Gutschrift haben, rauf und runter. Eine andere Marke, wenn da was ist, ist ein geplanter Service-Fall, Prediktiv-Wartung, die kommen da hin, roter Teppich, trinken Kaffee, Cappuccino, ich sehe ein Video von neuesten Modellen und fahre auch selbst. Der Service-Fall wird zum Erlebnis, weil er geplant ist und wenn ich das Auto zwei Tage dastehen lassen muss, kriege ich einen Ersatzwagen, wo es geil ist. Also die zweite Abteilung, die tendenziell in einem Unternehmen arbeiten will, das ist meine Annahme, zumindest für mich gilt es, die anderen machen es ihres, aber meine Hypothese, so wie ich auch Matthäus so führe, produktorientiert, damit fängt alles an. Jetzt gehen wir mal weitere Abteilungen durchspielen, will ich das noch nicht übertreiben, aber ein, zwei Abteilungen fallen mir noch ein, ich fasse mal zusammen Finance and Legal. Wenn ich ein Produkt habe, das tendenziell Ausfälle hat, geht es ja irgendwann, um Mangel-Themen-Diskussion. Die Legal-Abteilung ist aber einmal mit Rückrufaktionen beschäftigt und die Finance-Abteilung vielleicht sogar noch mit Strafzahlungen, die zu tun sind, an den Staat oder an jemanden, der ein Auto in Kauf rückabwickeln will. Das heißt, wenn ich allein mal drei, vier Abteilungen mir vor das geistige Auge führe, einmal in der Firma A mit einem Produkt, was qualitativ maximal hochwertig ist und zuverlässig und auf der anderen Seite sind die Kriterien nicht so erfüllt, sage ich mal, in welcher Firma willst du eigentlich arbeiten? Egal in welcher Rolle, und auch als Geschäftsführer. Ich habe mich dafür entschieden, ich will in einer Firma arbeiten, bei dem das Produkt sexy ist. Punkt N aus. Das ist für mich nicht verhandelbar. Produkt sexy verstanden. Was ist euer zukünftiges sexy Produkt? Was ist euer Porsche, mit dem ihr in fünf Jahren gut Geld verdient und Kunden begeistert? Sehr gute Frage. Genau, jetzt um mal wieder einen Brückenschlag von den ein bisschen philosophischen Ausführungen in unserem Markt, unser Geschäftsmodell zu machen. Was wir jetzt gemacht haben, wir gehen raus aus einem ganz speziellen Use Case, bei dem es darum geht, dass Werbekampagnen eingehende Anrufe generieren. Das ist der ganz kurze Use Case. Wir gehen jetzt in den Use Case rein und sagen, in der Welt, in der wir heute unterwegs sind, hauptsächlich Webseiten, das ist immer die Käseglücke, in die wir uns bewegen, werden Webseiten gebaut von Online-Marketing-Menschen, die Online-Marketing-Menschen da draußen generieren auch Webseitenbesucher und die Online-Marketing-Menschen beschäftigen sehr stark damit, die ganzen Webseitenbesucher in irgendeiner Form zu konvertieren oder Call-to-Actions auszulösen, wie man so schon sagt. Wir saßen bisher in dieser Nische, die sehr von großer Relevanz ist, eingehender Telefonanruf. Wir sind jetzt hingegangen und sagen, uns muss es eigentlich als Telekommunikationsunternehmen egal sein, ob das ein Telefonanruf ist, ein Videocall, ein Chat oder eine E-Mail. Also Omnichannel. Omnichannel, genau, um das Passwort mal aufzugreifen. Es ist für mich immer noch Telekommunikation, weil es sind zwei Menschen an zwei verschiedenen Orten, die einen Dialog führen wollen. Telekommunikation, Teleportation können wir leider noch nicht, das wäre das ultimative Produkt, aber Telekommunikation steht glaube ich nirgendwo geschrieben, dass das auf einen Use Case beschränkt ist, bei dem man dann auf seinem Schreibtisch ein Telefonapparat stehen hat, am besten noch mit Drehscheibe oder mit einer Dame vom Amt, das kann alles gerne 100% digital sein. Das ist auch ein Telegram Chat, das ist ein Google Chat, das ist mir völlig egal. Das heißt, da gehen wir jetzt hin und sagen, wir haben so ein Webmaster Plugin gebaut, nenne ich das, das ist ein JavaScript, was eine Webseite innerhalb von fünf Minuten conversational ready macht. Wir bespielen bewusst das positive Spannungsfeld zwischen der Welt der Menschen, die klickorientiert unterwegs sind, sage ich immer, die am Surfen sind, aber irgendwann will dieser Mensch nicht mehr rumklicken und sich was durchlesen, Videos anschauen, was runterladen, sondern er möchte er will kommunizieren, irgendeinem Menschen, der auf der Seite des Webseitenbetreibers sitzt, einen Dialog führen, kommunizieren, so wie du sagst. Und wir sagen, es muss egal sein, welchen dieser digitalen Kanäle er heute verwendet. Das ist so das Eintrittsticket, was schon viele ziemlich sexy finden, die sagen, wow, geil, damit erschlage ich ja mit auf einmal Anforderungen. Wir haben ja häufig so eine Situation, bleiben wir gerne im Autohaus-Szenario, Was ich beim Autohäusern gerade so wahrnehme ist, ja, man hat da eine Telefonanlage stehen, dann hat man eine Firma wie Mattel, so mit denen macht man Call-Tracking und das Telefon da bimmelt, dann weiß ich, dann gehört es zu dieser Werbemaßnahme, zu dem Marktplatz, whatever. Dann kommt aber die einzelnen Mitarbeiter, die haben dann irgendwann von ihrem Sales-Mitarbeiter, von ihrem Team, Teamleitung Sales, haben gesagt, ah, wir haben hier noch ein tolles CM-System, nehmen wir mal einen Hubspot, die haben ja auch so einen integrierten Chat, den Chat bauen wir jetzt noch auf unsere Webseite drauf. Wir haben unsere Händler-Webseite, dort nehmen wir jetzt den Hubspot-Chat. Das heißt, aus der Sicht des Mitarbeiters, der im Autohaus arbeitet, zum Schreibtisch hat er seinen Telefonapparat, das bimmelt, irgendwann über einen Kanal kommt da ein Lead rein und eventuell, worst case, gleichzeitig geht der Chat los, wo es heißt, oh, jetzt haben wir noch jemanden auf der Webseite, der auch noch mit mir chatten will. Also, das kam über den Geschäftsführer, das ist Krimacall-Tracking, über den Sales-Vertriebsleiter, der hat gesagt, wir machen jetzt den Chat und dann kommt so ein Marketingleiter, der war jetzt zum Beispiel, heute ist der in Hamburg zum Beispiel, auf der OMR, war dann so einen kleinen Stand und hat da eine Firma gesehen, die bieten so ein Plug-in an für Videocalls auf der Webseite. Der fährt jetzt dann heute nach Kaiserslaut und dann sagt, ich bin der geilste CMO dieser Welt, ich habe jetzt einen Vertrag gemacht, wir bauen jetzt noch auf unserer Webseite so ein Plug-in rein, Videotelefonie. Und dann sagt er seinen Mitarbeitern, dem Sales, dafür müsst ihr euch jetzt in diese Plattform einwählen. Das heißt, aus der Sicht dieses Mitarbeiter sitzt immer mehr in so einer Tool-Fälle. Auf seinem Schreibtisch hat er sein Telefonapparat, auf seinem Chrome-Browser hat er sein Hubspot-Login mit seinem Google, mit seinem Hubspot-Chat, Entschuldigung. Und wenn jetzt noch irgendjemand auf der Webseite einen Videocall auslöst, klickt er hektisch rum, sagt, wo muss ich mich jetzt eigentlich einlösen? Das ist komplett los. Das ist ein Videocall. Da sagt, wisst ihr was, blasten wir alle einen Schuh auf. Genau das lösen wir jetzt mal, dass wir sagen, keiner muss jetzt irgendwelche Millionen von Third-Partys oder Insellösungen einkaufen für Telefonie, Chat oder sonst irgendwas. Wir haben endlich mal eine Plattform, in der diese ganzen Dialoge stattfinden. Yves sagt immer so schön, dieses Single Point of Truth. Ja. Dieses Single Point of Truth für Dialoge. Den haben wir jetzt gebaut. Das ist die nächste Stufe, warum ich innerlich noch mehr excited bin, sage ich gleich. Aber das ist sehr, sehr komplementär, meine Augen, warum wir damit uns ein guter Punch, guter Hit gelungen ist. Das ist super komplementär zu dieser Welt der Klicks. Aber ich habe eben tiefsten Respekt bezogen auf die Online-Marketing-Branche, weil die jetzt zehn Jahre lang sich wirklich, ich sage nicht tot optimiert hat, sondern immer noch weit am Optimieren ist Ladezeiten. Call to Action. Es werden A-B-Tests gemacht, welcher Button wo, in welcher Größe. Ist der Button quadratisch, ist der rund, ist er grün, ist er gelb? Man wird mit Microsites, Landingpage, wird darauf und runter optimiert von morgens bis abends. Ich sage Chapeau. Was ihr da macht, ist fantastisch. Entweder regelbasiert oder mit Menschen Intuition, mit A-B-Tests oder jetzt mit KI. Aber was wir feststellen, wir dürfen die Welt der Klicks nicht allein lassen. Es gibt eben diese Welt der Dialoge und da kommen wir ins Spiel, dass wir diesen ersten magischen Schritt jetzt mal gegangen sind, alle Dialoge in eine Plattform zu bekommen. Um noch einen Satz oder der wichtigste Satz in meinen Augen dazu, so ist ja in meinen Augen, warum nicht über fünf, sondern zehn Jahre Materie so sprechen. Weil wenn wir es jetzt mal schaffen, alle Dialoge auf einer Plattform, diesem Single Point of Truth zu führen, inbound und outbound, auch geil, habe ich jetzt mal als Unternehmer, der ja verantwortlich ist für die Dialoge zwischen seinen Mitarbeitern und seinen Interessenten, schräg sich Kunden, die Möglichkeit mal rauszubekommen, was wird denn eigentlich ein Leben langen Tag gelabert? Was besprechen die eigentlich ein Leben langen Tag? Ich gehe sogar ein bisschen weiter von meiner Tragweite. Ich habe noch Redezeit, oder? Ich lasse dich gerne erzählen. Ich habe noch Redezeit. Ich argumentiere häufig auch intern bei uns, um die Kollegen bei mir zu beflügeln. Das Schönste gerade, was uns passieren konnte, ist, dass vor anderthalb Jahren oder zwei Open AI kamen und es gezeigt hat auf einmal, aha, ich habe eine Möglichkeit, einen Prompt einzugeben, ich habe eine Möglichkeit, eine Maschine eine Frage zu stellen und die Antwort ist ultraintelligent. Kann er mit was tun? Was ist denn die notwendige Voraussetzung dafür, dass das überhaupt funktioniert? Hätte das vor 20 Jahren schon funktioniert, mathematisch, die Modelle waren da. Also zwei Sachen haben wir wesentlich gefehlt, die Computing Power und auch viel wichtiger, der Content. Der Content ist das Internet, dass die Open AI-Herrschaften von morgens bis abends Internet gecrawlt haben und sich ein PDF-Dokument von Text in Zahlen umgesetzt haben. Sehr recht nennt sie sie fair enough. Aber jetzt träumt alle mal ein bisschen. Alle reden von Chatbots, von Telefoniebots. Die Grundlage, um Telefonie und Chatbots zu bauen, um jemanden zu haben, ich habe jetzt meinen virtuellen Agent, meinen virtuellen Mitarbeiter als Mitarbeiter von meinem Autohaus. Die Grundlage alledem von den Mitarbeitern ist in meinen Augen, dass ich dem auch Daten gebe, dass er sich so verhält, wie ich das von den Mitarbeitern meines Unternehmens verlange. Das braucht den Content. Das braucht den Content, genau. Und jetzt schließt sich der Geist zu dieser Plattform, wo ich sage, jetzt Omnichannel-technologisch zu unterstützen, das ist super geil, weil alles Single Point of Truth, aber mit jedem Monat, der umgeht, mit jeder Woche, fallen Daten an. Das heißt, jeder Unternehmer kann sich zurücklehnen, sagen, jetzt lass alle mal schön, nicht nur klicken. Die Klicks messen, das sehe ich schon alle. Jetzt haben wir mal alle Dialoge. Und jetzt so langsam haben wir mal so viel individuellen Content bezogen auf unser Geschäftsmodell, bezogen auf unsere Produkte, bezogen auf meine Mitarbeiter, selbst die Mitarbeiter, die vielleicht zwei Jahre vor der Rente stehen. Lasst die alle nochmal mit unseren interessenten Bestandskunden reden. Das ist ein altes Thema aus der Wissenschaftschau. Ich habe dieses Expertenwissen, was über ein Vierteljahrhundert aufgebaut worden ist, jetzt in die Rente gehen wollen, rüber zu retten, die nächste Generation. Lasst die einfach gerne von morgens bis abends reden, mailen, chatten, telefonieren, faxen, name it as you want, SMS schicken, alles rein, in einen Topf. Das Füttern. Das Füttern. Und das Geile ist in meinen Augen, dass das Daten sind, die dann eins zu eins genau dem Unternehmen gehören, das die Webseite betreibt. Das Unternehmen hat dann seinen individuellen Content. Ihr kennt ja häufig diese Fantasie, diese geile Fantasie, die bin ich auch beflügelt, bei OpenAI zu sagen, ja, ich möchte aber mein domainspezifisches Wissen da noch nicht haben. Die Notwendigkeit, auch hier wieder, ich mag das aus meiner Zeit mit Mathematik, gibt es immer noch notwendige und hinreichende Voraussetzungen. Die notwendige Voraussetzung, damit all das funktioniert, ob mit OpenAI oder ohne, auf eigenen Servern oder nicht, ist, dass du diesen individuellen Content hast. Du kannst jetzt auf deinen SharePoint gehen und sagen, da liegen schon sieben Gigabyte an PDF-Dokumenten, ist alles okay. Aber das, was ein Datentopf, ein Datensilo, was bisher noch keiner angefangen hat, mal konsequent aufzubauen, sind die Dialoge. Sind die Dialoge zwischen meinen Mitarbeitern und Unternehmen. Ich kann jetzt wieder argumentieren, klar, ich habe da einen Exchange-Server. Ja gut, du hast einen Exchange-Server, aber wie kommst du jetzt da dran? Und selbst, wenn du den Exchange-Server jetzt anzapfst, dann hast du den Mail-Verkehr drin, um den domänenspezifischen Content zu haben. Was ist mit Telefonie? Was ist mit Chat? Was ist mit Videocodes? Genau? Deswegen ist das, das ist das, was uns, weil du die Frage stellst, das machen wir, das machen wir in fünf Jahren. Die notwendige Voraussetzung ist jetzt diese Omnichannel-Plattform, mal alle Dialoge auf ein System zu bekommen. Aber das, was uns beflügelt, sind die Möglichkeiten dann mit den domänenspezifischen, auftraggeberspezifischen Daten solche geilen Sachen machen zu können. Das ist jetzt nicht nur unbedingt, dass wir einen virtuellen Mitarbeiter dann irgendwann abbilden können, dass E-Mails automatisiert beantwortet werden können, dass Telefonie-Bots funktionieren, dass Chatbots funktionieren. Sondern, dass wir solche einfachen Fragen bei dem System stellen können, über welches Produkt ich das Produktportfolio habe. Ich bin ein Autor, bleibe mal gerne in der Branche. Ich verkaufe Suzuki, ich verkaufe Honda und ich verkaufe Skoda. Ich habe 100% Airtime, 20 Leute im Vertrieb. Wie verteilt sich das eigentlich auf diese Marken? Kann mir das mal jemand sagen? Das heißt, Dinge, die man bisher nicht rauslesen kann. Genau. Du kannst dann weitergehen. Wie verteilt sich das auf Man-Line-Weit-Line? Wie verteilt es sich auf Gemütslage, Sentiment-Analyse, das Ganze mittelstandsgerecht? Also eben nicht nur zugänglich zu machen für die Vodafonds dieser Welt, die enorme Etats haben, sowas im Zweifel intern zu machen, die große Softwareunternehmen auftragen können oder ganz große Player haben, wie zum Beispiel Salesforce. Sicherlich die eine, andere Funktionalität auch drin ist dessen, was wir tun. Wir positionieren uns im Mittelstand. Wir sind selbst Kleins-Kleins-Mittelstand. Wir sagen, das ist eine Plattform, die ein Mittelständler mit wenigen Millionen Umsatz sich leisten kann. Und da glaube ich dran. Genauso wie die Mittelständler, vor zehn Jahren angefangen haben, sagen, wir wollen alle ins Internet. Da sind sie jetzt. Sind happy, dass sie eine Webpräsenz haben. Sind happy auch, dass da mal ein Kontaktformular ausgefüllt wird. Werden die in fünf oder zehn Jahren happy sein? und sagen, Gott sei Dank habe ich jetzt nicht nur eine Internetpräsenz, sondern habe eine Plattform, in der ich alle Dialoge mit meinen Kunden führen will. Frank, jetzt haben wir einmal die richtig große Hafenrundfahrt gemacht. Hammer. Ja. Ich bin voll dankbar, dass du tief in deine Geschichte hast blicken lassen und in den Aufbau inklusive, wo es hingehen soll. Ich stelle zum Schluss immer eine Frage, was würdest du mit all deiner Erfahrung, die du über die vergangenen Jahre aufgesaugt hast, einem jungen Unternehmer, einem jungen Gründer mitgeben, gerne in Form eines großen Plakats in Kaiserslautern, das du irgendwie bedrucken oder beschriften kannst. Was steht da von dir drauf? Hör auf deine innere Stimme. Du hast mir nur einen Satz gegeben. Kannst du es mit deiner Erfahrung konkretisieren? Hör auf die innere Stimme, die dir sagt, was du besonders toll kannst und was du verdammt gern machst. Das war der zweite Satz. Wenn du mir den dritten Satz erlaubst, die Begründung, stell dich auf einen Marathon ein. Stell dich nicht auf einen Sprint ein. Gründen ist ein Marathon. und wenn du diese zwei Punkte nicht gefunden hast, wird der Saft ausgehen. Marathon brauchst du Energie, lange Energie. Damit der Saft nicht ausgeht, brauchst du eine virtuelle oder eine reelle Tankstelle, irgendein Atomkraftwerk, irgendein Energiespender. Das sind die zwei Faktoren. Innere Stimme und es ist ein Marathon. Das heißt, du musst es gerne machen. Dann lasse ich das genauso stehen. Lieber Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen und auch Emotionen hast teilhaben lassen. Wenn es auch euch gefallen hat, mir hat es mega Bock gemacht, dann lasst mir gerne ein Like hier und ein Abo des Kanals und dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder in der nächsten Episode vom Startup-Schlag-Podcast. Bis dahin, Servus!